Hofft Donkey Kong eigentlich irgendwie mit der ganzen Nummer irgendwelche Sympathiepunkte zu gewinnen? In der Lava-Welt? Ja, die meinen mit der ganzen Aktion hier bei Mario vs. Donkey Kong. Was ist denn mit ihm? Der benimmt sich halt wie ein Affe. Was soll denn das? Wie ein verzogenes Kind. Und ein Affe. Ob die Polizei in Mushroom Kingdom denn kommt? Aber ich glaube, Donkey Kong ist ja nicht zurechnungsfähig. Da sagen sie einfach, nee, komm, der geht nicht. Oh Gott, müsste Donkey Kong nicht in den Zoo? Ey, als Gefängnismaßnahme? Ja, der hat nicht in den Knast, der hat in den Zoo, Alter. Ich meine auch einfach allgemein. Und da beschmeißt er dann als Gorilla, beschmeißt er die Gäste dann mit seinen... Oh, na gut. Lass uns die Lava-Welt machen, Schmusi. Alle, die schon mal im Zoo waren, im Gorilla-Gehege, die wissen, was los ist. Soll ich die erstmal heute freimachen, Schmusi? Ja. Ich weiß, dass du mal die Geschenke ignorierst. Wolltest du wieder hier hochspringen? Jetzt haben wir erstmal die Geschenke ein. Wieso, ich wollte halt das hier einsammeln? Das ist dann links. Ja, ich meine, wenn ich schon mal hier oben bin, ne? So. Sogar kein Just with the Clean hier. Oh, ich hatte gar keine Lust auf das Leben. Und ich weiß nicht, warum du Just sagst, aber ja. Oh shit, wow, warum hat er jetzt mich genommen hier? Ja, natürlich hat er dich genommen. Okay, dann musst du, Schmusi, du musst alles holen. Der flamet ja gar nicht so weit. Der ist gar kein guter Flamer. Ich weiß nicht, wie ich den hier weiter nach hier bringe, weil ich kann nicht laufen. Ach so, ich nehme mal auf den blauen Schalter. Ja, warte mal. So, jetzt, ups. So, okay, jetzt kann er hier durchlatschen. Nein. Ah! Ey, dieser kleine Sack. Ja, lass mich das noch einfach machen. Ja, ja. Warum? Du warst schon wieder eins vor allem. Wir müssen als Team, deswegen mache ich alles allein hier. So, aber jetzt kommt er trotzdem noch nicht weiter. Also, jetzt kann er aber... Äh... Jetzt kann ich ja mal hier hoch. Ach so, aber der läuft ja schon wieder da hin. Der läuft ja wieder da runter, denn. Ja, oder du kannst aber ein bisschen mit Gefühl an die Sache rangehen. Ja, ich weiß nicht. Mit Gefühl? Hopp, hopp, hopp. Hopp. Was ist los mit ihm? Er stirbt einfach, Schmusi, sonst... Ich soll sterben? Ja, oder wie kann ich ihn denn nehmen? Wie kann ich ihn? Ich glaube, wenn ich sterbe, dann ist er ja wieder da. Warte, was ist das denn jetzt für Quatsch hier? Wieso willst du das denn machen? Wohin, sonst schaffe ich mich ja hin, dann kann er auch nur auf meinen Kopf drauf jumpen oder so. Mhm. Jetzt ist hier der Doofe, der würde denn da eins komisch dagegen latschen. Oh, jetzt bin ich hier gefangen. Oh, äh, schossen! Nee, okay, jetzt müssen wir irgendwie... Wie kriegen wir jetzt, dass er nicht die Dings benutzt? Ah, wir müssen ihn einsperren! Wir müssen ihn jetzt erstmal einsperren. Ach so? Ja, das, wenn wir auf die andere Seite kommen und dann irgendwie nochmal... Weil jetzt kann man richtig schön... Ah, ey, das ist der Rollstuhl. Ein bisschen so? Na, warte mal, dann muss ich aber irgendwie... Oder jetzt kannst du... Ah, jetzt ist er wieder, hurry! Ja, du gehst einfach unten zum Dings. Das Seil, das Seil, das Seil? Ach so, das Seil! Und dann drück ich den Schalter. Ja, aber dann drück ich den Schalter doch wieder. Ah, nee. Ach! Müsst du hier unten? Ach, geil, geil, geil! Äh, ich werde schon mal hier stehen! Ja, warum? Ah, zwei Sekunden, auch geil! Ich war richtig gespannt! Äh, gut, Leute, gut! Easy! Da muss man auch noch genau gucken, wie die Blöcke geformt sind, ey! Dann kommt man das mal drauf... Ach, Mann, guck mal, die kann man genau einsperren! Ja, aber voll smart! Also, ich werde jetzt auch noch nicht... Tja, wer ist drauf gekommen? Wer hat's wieder... Ja, und wer muss doch eher feiern, das Seil unten zu halten? Wer hat hier studiert, hm? Und wir beide? Ach so. Na gut! So, Leute, jetzt wieder... Äh, warte, warum kriegen wir kein Leben? Wir haben keine Leben? Ne, du bist ja noch nicht... Er kommt bestimmt noch, Leute, kommt noch... Erstmal Welt 5... Was ist hier denn im Fass drinne? Level 5! Ein Fass! Mann, ich liebe es, wenn hier alles so einfach frei rumschwellt, kann ich alle gleich einsammeln. Oder, Schubert, willst du, du guckst eben den Kleinen? Oh, du... Oh nein, die Lava steigt! Äh, oh nein! Okay, schon... Ach so, aber, ah, aber... Ah, das macht ja gar nichts mit dem Kleinen hier... Wie ist der? Wieso, na guck... Oh, er ist tot! Okay, direkt neustartig an, sonst sterben wir ja. Ja, was müssen wir denn tun, Leute? Du darfst den Boden nicht kaputt machen, sonst kommt der hier zu hoch. Na, spiel, würdest du denn dich darum kümmern, die Schenke alles einzusammeln? Okay. Wenn ich hier so schneller schalte bei so einem Ding an. So, guck mal, der kommt dann hier mit rüber. Wow, wow, hast du das gesehen, ey? Und springt hier hoch. So, ich schätze mal, das Fass brauche ich. Ja, das, äh... Hm, kannst du dich schnell mal holen? Nein, warum? Ah, das ist ja bei dir, ist bei dir, okay, warte, okay, warte. Ja, ich wollte doch gerade. So, 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 komm, du kleiner Sack. Komm her. Oh, er macht's, ey, oh yeah, schon. Entschuldige, da ist ja wieder richtiges Teamwork, Alter. Ja, vor allem, ich dachte, ich holte den Silberkey, aber... Ja, wo sind denn, waren wir beide so an derselben Stelle und ich hab gedacht, Mann, ich sag jetzt schnell, ich hol mal das Fass, weil er mir hinterher gelaufen ist. Ich hatte bloß die eine Möglichkeit, sicher den Schlüssel zu holen. Mhm, mhm, mhm. Bewusst bedacht und nicht einfach auf es reingejumpft und eine Schlüssel gesehen hast. Nee, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich nicht zum Fass konnte. Ich wusste, ich brauch das Fass, aber wenn der Helian, wäre der Kleine gestorben. Er kann doch irgendwie jetzt cheaten. Was, cheaten? Ja, das war, das war, äh, present. Ausstellt noch mal, das sind oller Feuerspeier. Er wusste keinen überhaupt. Ah, ich dachte eigentlich, ich wäre schon, ich dachte eigentlich, ich bin cool. Aufgedroppt. Jeben. Gott, der King, je, Gott, der Gott, alles einfach. So, ist der Born, ist schon. So, ich hole mir jetzt hier das, das Present. Ja, dann ist der kleine Sack. Mach der kleine Sack. Wo soll ich jetzt mit dem hin? Ja, ich glaube, du sollst jetzt hier das Ding sind lang, ne? Und dann soll sich mich um den Kerl da kommen. Ja, aber heb mal hoch. Verdammt, ist so gemein, der Vogel wird bestimmt in den Augenblick. Ich dachte, ich könnte den Vogel abschmeißen. Das würde ich ihn mit kümmern einfach. Ja, er setzt sich gesehen. Ach man, ich wollte es schon weitermachen. Ich würde schon mal, du willst ihn jetzt. So, kannst du mal den blauen Scheiter drücken. So, du hast die Leute, du hast ja letztes Mal die Bomben hast du da irgendwie rausgeschmissen oder nicht aus dem Fenster. Der Spot ist einfach neu. Der Arsch. Was ist das denn? Also, wir müssen ihn richtig, wir müssen ihn krass killen. Wow. Ja, genau, jetzt bleibt der Vogel auch stehen. Schmeiß ihn weg, Schmüssi, ich schmeiß ihn weg. Ja, ich schmeiß ihn weg. Guck mal, so. Jetzt kommen wir hier. Folgen sie mir. Ich muss jetzt bloß... Ah, verdammt. Ich muss... Ah, du hättest erstmal den anderen Checkpoint aktivieren können. Der ist links. Ach, verdammt, ja, stimmt. Links ist ein Checkpoint. Das ist ja der Typ hier. Ja, aber das ist ja nicht schlimm jetzt gerade. Renn, 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 renn. One. Einfach one. Ah, oh Gott, oh Gott, okay, erstmal ist er ja hier links dran. Komm her, komm her. Ja, du... So, ich mach' ich sagen, den roten Schalter gleich für euch beide zu drücken. Ach so, das ist ja schon wieder... Ah... So, okay. Puh, ja, dann haben wir es doch schon. Außer die Sprungfehler macht jetzt nochmal irgendwelchen Mist. Nee, warum? Geil. So. Ach, das war wieder einfach. Mit halber Panikattacke, aber geil. Bisschen Blutdruck erhöhen ist immer gut. Eigentlich nicht, aber... Ja, ich krieg ja auch Blutdruck. Ich krieg mich nicht auf. Nee, nee, nee. So. Ja, der warte schon. Jetzt kommt Donkey. Aber können wir jetzt leben? Jetzt kommt Donkey. Guck, da bestimmt. Als ob wir in der Lavabett keine Leben bekommen. Vielleicht haben wir einfach zu viele. Ah, da ist er, da ist er doch. Kurz vor Donkey. Oh, er hat wieder das Fass und er guckt schon nach unten. Kann er bestimmt wieder schön in die Mitte werfen. Ja, er hat so schön gesnipet dann. Alle leben weg. Wir snipe jetzt erstmal die Leben. Ach, schau, das war die Lavabell. Die war nicht so schlimm wie die normale Lavabell. Ja, wohl, wenn er noch abgeschmissen ist, ich bin Donkey. Ja, okay, aber ich meine jetzt so die Welt an sich. Ja, ja. So, ich kann mich auch nach oben, aber der kommt mit dem Leben. Du, 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 du. So, wo willst du hin, du Schlüssel? Wo willst du hin? Das ist ein Team. Oh, Moment, Moment. Ja, ich warte. Ich wollte gerade auf den Moment gucken, ob er wenig spikes sind oder sowas. Aber das sind ja eigentlich. Yeah. Sind ja in solchen Level nicht wirklich. Ding, 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 yeah. Wir sind doch schon wieder nah dran. Nah dran, aber ist immer noch zu wenig. So, Donkey. Jetzt geht's los. Ach so, Matt. Er ist richtig wütend, ey. Er wirft ihn mit seinen Fässern um uns rum. Wann war er nochmal in der Lava-Welt? Oh, was denn? Oh, nö. Oh, ach so, aber das sind diese Runterfallblöcke. Zerbashni die alle? Nee. Doch, die ist doch Zerbashni schon. Ah, Tor! Einer Donkey Kong. Richtig, richtig abgesnipet. Jetzt muss ich erst mal gucken, was der überhaupt hier will von einem. Schmissi steht da, kriegt's einfach ab. So, warte, sollen wir jetzt so lange warten, bis sie hier runterrollen? Was macht mir so ein Fässer? Oh, alter! Ja, ganz gut! Richtig ein kleines Zäh getroffen. Putsch! Okay, was ist denn das jetzt hier? Wie kommen wir überhaupt hier durch? Ja, bist du irgendwie darauf achten, dass es da... Ach, wir können hier einfach durch. Ach so? Wir können hier einfach durch. Man kann hier einfach durch? Na gut. Das ist jetzt richtig gemein, ey. Oh Gott. Treffer 1 hier! Geil, geil, geil. Oh, ist hängen geblieben oben an der Decke. Ja. Okay, wir können hier einfach durchlaufen. Okay, das wird ja jetzt richtig schwierig, ey. Was wird das denn jetzt? Gleich mal Seiten switchen, oder wie? Ja. Aua, ey! Man hört denn das mal auf zu springen? Alter, man denkt so, ja, jetzt ist das 10 Mal gesprungen, jetzt kann ich zwischen aufhören. Der muss irgendwie echt irgendwie unten durch nach rechts, ne? Boing, boing. Alter, wieder richtig, der zielt ja richtig nach mir, alter! Ja. Boah! Fass ist weg. Toll. Boom, boom, boom. Boah, Alter, hau ab! Ja! Fass wäre so ein, okay. Hätte gerade das Fass von Donkey. Ist das so doof jetzt hier, ey? Ja, ich hab dich mal sehen. Ich hab mich drauf in den Affen. Schpadum, schpadum. Boah, 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 boah. Ich hab mich hier gar nicht so gut über die Bop-Tocken. Aber doch. Du, 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 du. Das ist ja sehr schön, ich muss ich. Ich würde es ja nicht fassen, aber irgendwie, ja, so viel Angst. Guck den Donkey so böse, jetzt läuft sich hier ruf hier. Boah! Okay, kein Treffer, ich habe ja Fass getragen, aber. Alter, das bleibt alles kaputt, diesmal denn. Oh! Warum wurde es denn abgesmashed? Es tut mir leid. Oh, das ist wieder so ein Ausdauer-Ding, ey. Du wirf die ganze Zeit nur Fässer. Ey, Marcel wird wieder mad werden. Ey, ich mach jetzt erstmal alles kaputt. Ey, was ist überhaupt, wenn wir, ähm, vor allem dich selbst, ne? Ich mach hier alles kaputt. Ich hab mal richtig gemobbt, wird Marcel jedes Mal, kriegt das ab. Ist doch so. Ich kann jetzt einfach lang. Die Dinger nerven nur, die verunsichern nur. Ich mach hier alle kaputt. Hey, wie gemein! Was passiert? Ich, 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 ich hatte eigentlich noch voll den Abstand. Der hätte mich gar nicht richtig treffen müssen, aber einfach, wenn ich einen Millimeter von meinem Kopf in der Nähe von dem Runterfall-Ding war, hat mich das zerplättet. Ey, das war richtig gemein jetzt. Ich habe ein bisschen, für den Anfang müssen wir einfach beide nach rechts, weil hier, äh, das ist ein bisschen... Wir müssen beide nach rechts, das ist hier richtig doof auf der linken Seite. Einfach, kannst du aber schön durchlaufen und immer schon versuchen zu warten? Ich war eigentlich, was auf der rechten Seite, um hier alles kaputt zu machen. Weil dich hier sonst alles so nervt. Wow, 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 Donkey, Alter. Gatte Dings. Hä? Mann, du sagst schon gar nichts mehr, bist du einfach getroffen? Ich habe du jetzt gemerkt und ich war still, weil ich mich geschämt habe. Nee, ich konnte nämlich richtig krass von mir, ich musste den Fass holen. Nee, ich würde jetzt in dem Moment getroffen, dass es jetzt nicht so ist. Ich weiß nicht, wie eine Zombie-Apokalypse und wollte geheim halten, dass ich ein bisschen wohne, oder so. Oh Mann, Donkey. Hey. Ich will sie, ich will sie, warum? Du bist auch schon ins Aufgestorben. Ich habe jetzt, ich verlange, ich versuche gerade zu adepten. Nee, gerade jetzt versuche ich es, dass es besser klappt. Jetzt versuche ich jetzt schon mit dem Fass-Pattern hier, dem Fass hier, genau, genau, genau. Gegrappt. Das Fass-Pattern. Ich habe hier auch noch. Getroffen. Was, ihr wirft ein Lächeln in die Mitte bestimmt. Hey, wie gemein. Du hast doch gesehen, das war voll gemein. Mach mich einfach platt, keine Bock mehr. So. Wo ist die? Ich komme jetzt, Türi, ich wollte das jetzt. Doch, es ist, wir müssen ihn viermal treffen. Bum, 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 bu. Das ist richtig gemein. Das ist fast ein Fass. Wir haben fast ein Volker herzelt. Du musst das schaffen. Warum schenkst du dich nicht an? Ich wollte, ey, das ist ein Homing-Fässer. Ja, aber hier schon. Bei mir ist natürlich der fehlt ein Skill. Aber wenn man selbst ist, natürlich Mobbing. Ich habe gar nicht das andere fehlt ein Skill. Doch. Nee. Doch. Was hast du gesagt, dass du dich bemüht? Was suggeriert, dass ich mich nicht bemühe? Doch, schon bemüht sich ganz doll. Ich muss ja schon mal links und rechts ein bisschen ausweichen. Wie hätte ich den denn ausweichen sollen? Wir müssen einfach hier unten bleiben, Schmuzi, in der Mitte. Sollen wir den Boden kaputt machen oder sollen wir unten bleiben? Ja. Ja? Alles einfach. So, zack. So, Treffer 1, weil er hier so ein bisschen, weil er ja irgendwann auch in der Mitte runterwirft. Oh, natürlich genau in dem Moment. Ja. Jetzt, ich habe nicht damit gerechnet, dass er genau jetzt macht. Ach, ich habe immer damit gerechnet, dass er so Sache macht. Und ich war einfach zu dumm, um auszuweichen. What? Gut, dass du da mal das erwischt hast. What, what, what? Ey, das so aber nicht jetzt. Oh, man, Mario kommt natürlich nicht hoch, weil er so ein Lappen ist, ey. So, den, den, den. Haps. Ich bin jetzt einfach hier unten immer. So, jetzt muss er gleich in der Mitte. Ja, so, gegrabt. So, jetzt wird er nochmal. Ach, Mensch, Donkey. Ne, der ist ja ein bisschen doof da jetzt. Ja, hey. Okay, ne, der wirft immerhin auch, wenn der Fahrschule ganz doof unten ist, wirft er immerhin auch falsch. Also wird geswischt. Geil. So, hey. So, er wirft nach rechts, also geht unten nach links. Mann! Du musst bei mir unten hier bleiben. Ja. Oder würde ich komplett weggehen. Oder ich weiß nicht, was hast du denn da? Oh, ja! Gott. So. Nein, ich hab... Ach, schau! Mann, jetzt geht die Konstruktion. Ich will die Lava tun übrigens, ich erklär dir das mal, ja? Schau, sie. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Dann sind wir jetzt einfach hier unten. Da kann mich denn nix erwischen, weil der hier so gemischt. Ich hätte am Ende irgendwie gerne so eine Compilation von Marcel Witters Maul gestopft. Weil er geklugscheißert hat. Schau, sie, niemanden macht mehr Compilations heutzutage. Doch, klar. Quatsch, aber nicht für meinen Channel. Ich mach einfach keinen falschen Namen, damit es so gut ist, dass wir niemand vorher mich supporten wollen. So, okay, jetzt hoch hier, schön hoch hoch hoch. So, ich bleib wieder hier, ich bleib ja einfach hier, so, nach rechts, also geh ich nach links. Und ich... Ja, ich war... Genau, ich war gleich schon wieder. Ich war komplett gefangen. Ich war komplett gefangen. Ich war komplett gefangen, ich konnte nicht mehr links, ich konnte nicht mehr rechts. Ja, da musst du auch dir sagen, da musst du es anders machen. Du verhältst die ganze Zeit, wieso musst du nichts anders machen? Nein, mach ich doch. Ich mache jetzt erst seit kurzem links-rechts-Kombo. Oh, väldigt schön ausweichenmäßig hier so hin. So, das wird dann nach unten. So. Hops. Auf eine andere Richtung. Donkey, Donkey! So, jetzt pass' auf, es ist nicht für die selbe Situation. Hey, das Fass! Ich habe einen Fass! Selbesteil. Ja, Schwusi! so treffer nummer drei gleich bei dem der stelle komplett sicher also muss ja muss da links und rechts laufen das schon aber also hatte ich bisher nicht so geklappt so wenn er nach rechts wird und links versuche natürlich nicht in mitte zu bleiben so ist kommt gleich in der mitte und ich stehe schon perfekt bereit also die doofen jetzt in roda hinwirft und mich einsperrt ok alles klar alles gut so er wirft nach da also schön rüber so das wirft natürlich nach da so wuhu mich er wirft leider unten stand im weg ich bin rüber sprung schon war schon auf der anderen seite und toll fast einfach weg so mein donkey ey, sei doch mal nicht so ein Affe hier so okay, geil da ist das Fass, Alter, da ist das so, musst du jetzt wieder nach unten? ah, oh ja, jetzt auf die andere Seite gehen müssen er stand voll im Weg ja, ja das kann nicht wahr sein hast du relativ ungewollt gesagt, dass ich im Weg stand? nein, ne, aber ich stand ich da auch im Weg? nein schwul, sieh, du kannst wahr sein, ich werd's feiner geschafft jetzt, jetzt mach doch nicht diesen so, hier so, den schaff ich ja hier so, jetzt wieder schön aufpassen links, mal extra Platz so, der ist wieder nach rechts jetzt kommt er in der Mitte jetzt kommt er in der Mitte, Achtung so, oh Gott alles klar verdammt, das ist nicht so cool ich hab versucht, an der Seite auszuweichen Mann, ey Schmussi du musstest und langsam mal was muss ich? get good oder wie sagt man? egal, ich werd auf jeden Fall besser ja ich hab ja schon rausgefunden, wo er am besten sich hinstellt so, ich hab noch nicht rausgefunden, das ist ja rausgefunden, dass man nicht in die Lava springen soll Alter, was war knapp ach man, Donkey, ich darf doch nicht genau da hin, wo ich hin will zu dir so, die, 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 die so, wir wirf da hin, so ey, geil so, Donkey Kong jetzt, was auf hier, du oh shit, nein, der ist der Monkey je, trefft er zwei hey, warum ist das so durchgegangen? warum ist das so durchgegangen? eben ist es nach rechts gefallen ich dachte, okay, hier bin ich safe es hat aber wieder Richtung gewechselt ja, da machen die ganze Zeit schon ich hab da vorne gesagt, das ist ein Homing-Dinger ich mach die Home nee der Homing-Fässer? ah ah du bist du, wie ist der Herkopf? ich ist doch, dieses Schmuss so, dem, 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 wo hm habs, habs habs na, 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 na zwei mit dem Ding hier, Donkey mhm, 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 mhm wie sie ganz leise lacht also, ich hab richtig viel Spaß hier wirklich? du guckst schon so, wir gucken nicht wir machen nicht den Casual-Modus an nein, 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 wir müssen es einfach noch schaffen aber schon, du dachtest, nicht mehr werden wir dessen ich bin so das ist ganz entspannt mhm, mhm, mhm ich bin zum ersten Mal die Lava gefallen zum ersten Mal du kennst doch den pattern inzwischen schon du bist doch in der Mitte Haaaaaaah naa, deswegen wüsst du doch inzwischen aufgefallen sein deswegen wird man ja nur besser werden ich versuche ja noch nicht zu sterben damit ich gar nicht mache ich will es nicht mehr nach wie ich würde soo Achtung jetzt kommst du dein Feuerball kommen warum bleibst du denn auf der rechten Seite ne ich bin ja links gelaufen der war trotzdem meine Füße getroffen ich weiß nicht was wir jetzt machen sollten ich weiß es doch nicht ich meine also das ist jetzt ne ja so oh oh man ach ja ich schwöre wie soll das Pedern denn warum jedes mal ich schwöre sie jedes mal ist das nicht alles nochmal peinlich ne ich sag jetzt gar nichts mehr schämst du dich nicht eigentlich ich sag nichts mehr und lass bloß noch Taten sprechen der ist anders hier bounced als sonst ja ach so willst du bei mir anders bauen ey du hast noch nie gesagt dass du bei dir anders hier bauen doch habe ich gerade explizit gesagt von wegen dass der Feuerball vorher einen komplett anderen Weg genommen hat obwohl er vorher genau gleich bei uns war exakt meine Worte ja also wir einig ist aber du willst kein fast irgendwie mal gewinnen ne doch aber ich komme halt nicht dazu ich bin ja zu sehr mit ausweichen beschäftigt sowas auch an wir ja ja vor sich vor sich zu treffen aber ein treffer sich jetzt hier ausrasten mit dem feuerball ausweichen bin jetzt schon so drinnen wenn der links wir fliegt auf die rechte seite ist das denn jetzt von starten jetzt kommt schon man jetzt haben wir da hin das oder feuerball der macht mir so große angst angst feuerball hier so ich habe gegräbt nein ich wollte hoch nein nein donkey ein treffer noch in die mitte ja bestimmt jetzt er guckt schon so der monkey so jetzt habe ich gleich gleich habe ich wo sie nein noch nicht ganz einfach was hat er so dumm und das warum wird man noch mal getroffen weil das müssen wir diesmal noch mal perfekt machen jetzt ist erstmal schluss ja schon überlänge richtig überlange fahrt schon beim nächsten mal muss ich ganz entspannt sein ich habe richtig spaß du weißt du was auch ich muss alles machen wenn sie verantwortlich bei mir beim kampf wenn ein fast bei mir ist dann mache ich das ja auch und ich habe bisher auch immer getroffen wenn ich ein fast hatte munteres miniland plus munteres miniland plus munter ich bin nicht mehr munter ich muss erstmal runter kommen wieder aber leute der beim nächsten mal ne 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 noch nicht hier beim nächsten mal müssen wir aus diesem komischen billigstern einen goldenen stern machen oder plastik stern einfach nur und jetzt sind wir ja drin jetzt haben wir ja in der muscle memory nicht wahr schmusi äh ja bis zum nächsten Part von Mario vs Donkey tschüss ciao